Leverage-Effekt, was ist das? Wir sehen uns eine Definition an, was dieser Hebeleffekt genau ausmacht und ob Schulden wirklich sinnvoll sind. Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie heute aus Dublin und zwar hier während des St. Patrick's Feiertage hier. Es ist hier sehr, sehr viel Trubel und wir sind hier vor der weltbekannten Temple Bar, der bekanntesten Bar Irlands hier in Dublin. Da sieht man zum Schluss ein paar tolle Impressionen nach unserem heutigen Thema und Sie erfahren, wie Sie noch viel mehr solcher Tipps erhalten. Heute sehen wir uns an, was ist überhaupt der sogenannte Leverage-Effekt und was bedeutet dieser? Eine genaue Definition und wie verhilft Ihnen dieser zu mehr finanzieller Freiheit oder auch nicht? Ja, der Leverage-Effekt ist auf Deutsch ein sogenannter Hebeleffekt. Das heißt, dass wir mehr Eigenkapital einsetzen, als wir eigentlich zur Verfügung haben. Ganz einfaches Beispiel ist Immobilienfinanzierung, wo wir eine Immobilie kaufen, wo wir beispielsweise 200.000 Euro, 20.000 Euro Eigenkapital und der Rest wird durch Kredite finanziert, was die üblichste Form ist, der Hebelung. Und dadurch gibt es bestimmte Vor- und Nachteile. Generell ist es so, wir haben einen Vorteil beim Leverage-Effekt, wenn die Gesamtkapitalrentabilität höher ist als die Fremdkapitalrentabilität und steigern dadurch die Eigenkapitalrentabilität. Ja, was bedeutet das? Ganz einfach, wenn wir eine Immobilie vermieten, die insgesamt mit Wert steigenden Immobilien selber und mit dem Mieten beispielsweise 10% einbringen und wir zahlen Fremdkapital zu zwar 5%, dadurch haben wir eine höhere Rendite auf unser eigengesetztes Kapital von beispielsweise 20.000 Euro, als wenn wir nur 20.000 Euro anlegen und in herkömmliche Immobilien oder in Aktien. Das ist das Interessante des Leverage-Effektes. Er wird nach oben Rendite steigern, aber dadurch sind wir auch insgesamt ein höheres Risiko, denn er wird genauso nach unten. Denn wenn die Eigenkapital oder die Gesamtkapitalrentabilität beispielsweise eben nicht 10% beträgt, sondern in dem Fall vielleicht nur 2%, dann sind wir jedes Jahr in Minuszahlen drauf und müssen hier nachschießen. Das heißt, er wird nach oben und nach unten. Und das sollte uns bewusst sein beim Leverage-Effekt, den sogenannten Hebel-Effekt. Und im extra Video sehen wir uns dann nochmal an, genau wie es, ob es empfehlenswert ist, das bei Immobilien zu tun oder auch eben nicht und was Sie dabei unbedingt berücksichtigen sollten. Ja, schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ja, jetzt nehmen wir uns ein paar tolle Impressionen an hier aus der Tempo Bar. In Dublin werde ich ein paar Bilder hier für Sie einfangen. Ist auch eine Möglichkeit übrigens einen Gemütszustand zu hebeln mit beispielsweise irischem Whisky. Das werde ich nicht machen, aber ich werde Ihnen ein paar Impressionen schicken. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich lasse mir das Nächste für Sie nächsten Freitag einfallen. Ja, liken Sie dieses Video, wenn es Ihnen gefallen hat. Geben Sie einen Daumen. Warum? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal. Wenn Sie nicht eingetragen sind, klicken Sie auf den Link im Internet des Videos, damit Sie keine Episode über Faszination verpassen. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Herzlich willkommen hier, Thorsten Wittmann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Musik Sehr hochwertig. Also selbst für mich als Profi ist einiges drin, wo ich sage, Respekt. Musik 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 Musik